Hallo und herzlich willkommen auf EWO2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K19, dem Community Universe, dem EWO-Verse. Es ist mal wieder 15 Uhr. Heute die letzten Wochenausgaben vor dem nächsten Pay-Per-View. Halloween Havoc, der bevorsteht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Kann wieder sagen, ich bin für diese Matchcard morgen nicht verantwortlich. Da habe ich jemanden für beauftragt, der einfach in diese Rolle wirklich perfekt reinpasst, der einfach wirklich da eine ordentliche Matchcard zaubern wird. Sein Gimmick hat auch ein bisschen was damit zu tun, aber auf jeden Fall, wie das aussieht, werden wir erst morgen sehen. Jetzt schauen wir erstmal, was uns hier heute bei RAW erwartet. Auch an dieser Stelle mal der Hinweis, wer Interesse hat, hier mitzumachen mit seinem erstellen Charakter, dann schaut euch mal das Video in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr wissen müsst. Kommt am besten auf meinem Discord-Server vorbei. Dort seht ihr dann den Channel-Prüfungsverfahren. Abgelehnt, angenommen. Und ja, dort sehen alle weiteren Informationen. Jetzt geht es aber erstmal mit RAW los. Da haben wir Seth Rollins gegen Drew McIntyre. Hier setzt sich Seth Rollins durch. Außerdem haben wir Wild Harlequin Elalil gegen Bo Dallas und Curtis Axel vom B-Team. Und da setzen sich die Black Spades durch. Die Black Spades holen einen Sieg. Schreibt euch das bitte ganz, ganz dick in den Kalender. Braun Strowman und Harper treffen auf Acom und Ruiz. Zawo ist denn Bray Wyatt hier. Braun Strowman und Harper gewinnen. Dann haben wir Baron Corbin gegen den Murdoch. Hier holt sie sich Baron Corbin in den Sieg. Aber Bray Wyatt ist in einem Triple Threat-Match mit BDG und Brock Lesnar. Es holt sich hier Brock Lesnar den Sieg. Finn Balder trifft auf Kim Medaro. Hier holt sich Kim Medaro den Sieg. Und im Mainland sehen wir Dean Ambrose gegen Delta Demon Inn. Begleit von Evo2K, Mark Barrett und Hergi. Also die komplette EWO am Start. Und es holt sich hier... Ah, Dean Ambrose den Sieg. Ich dachte gerade irgendwie, das Spiel wäre abgestürzt. Alles klar. Also Dean Ambrose gewinnt gegen Delta. Kann nicht sein. Das muss ein Bug sein. So, was haben wir in den News drinstehen? Deru McIntyre hat seine Absicht in Deutsch gemacht, indem er vor Beginn des Matches Seth Rounds überfallen hat. Er möchte seinen Gegner verletzen. Wird ihn angreifen, wenn er es am wenigsten erwartet. Dann... Achso, Power Ranking. Falsch. Einmal Rivalitäten. Und ich habe jetzt übrigens die Rivalitäten unten ausgestellt. Also ich warte darauf, dass ihr mir eure Rivalitäten mitteilt im Discord. Bis jetzt hat mich noch keiner deswegen kontaktiert. Und ich sage auch nochmal an dieser Stelle, Rivalitäten dürfen nur die Leute haben, die keine Champion sind. Weil wer nämlich Champion ist, der hat nämlich sowieso im Normalfall zwei Ingame-Monate Matchzeit. Weil wir immer das Championship-Match haben. Und dann noch, wenn er den Titel verlieren sollte, das Rematch. Also von daher Championship-Matches sind von Rivalitäten ausgeschlossen. Also wie gesagt, das, was ich gesagt habe, zum Beispiel, dass ihr euch am Ende darauf einigt, dass es ein Hair vs. Hair Match oder sowas gibt. Weil Sinn und Zweck der Sache ist natürlich, dass die Leute mal unter der Woche oder während den Wochenschuss overgebracht werden, die eben ja, keinen Titel haben und auch dadurch nicht im Rampenlicht stehen. Jetzt gehen wir mal hier... Achso, wir müssen auch die Championship-Rankings zeigen. Okay. Also da haben wir noch Brock Lesnar ist an B.E.G. vorbei. Ich bin an Drew McIntyre vorbei, obwohl ich den mal Match hatte. Barron Cobb ist an K-Dog vorbei. Bobby Luton, Chad Gable an den Office of Pain vorbei. Das ist auch mal erstaunt, dass im Tag Team Ranking mal was passiert. Ich bin der Held auch begeistert. Gucken, was heute bei SmackDown passiert. SmackDown Live! Und wir starten hier mit einer Rivalitätssache. Und zwar, weil ja Iceman hat ja eine Rivalität mit Ace Mountain. Und da habe ich mir gedacht, hey komm, ich lasse das einfach mal direkt so, wie es hier ist. Vielleicht kommt da ja was Cooles bei raus. Kevin Miller trifft heute auf den Iceman. Von daher passt das Ganze. Die haben wir auch schon ein bisschen nicht mehr gesehen. Und dann schauen wir mal, wer sich am Ende durchsetzt. Und ob Ace Mountain das Match eingreifen wird. So, und da kommt wohl die Attacke von Ace Mountain gegen den Iceman. Und ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass wir Konsequenzen auch in Bezug zur Black Invasion haben. Und jetzt kommen da offizielle, beziehungsweise zwei offiziellen, halten den Ace Mountain zurück. Und er sagt wohl, er ist noch nicht fertig mit ihm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Match überhaupt noch stattfinden wird. Ja, scheint es. Kevin Miller geht jetzt raus, der auch schon da war. Na, gucken wir mal, ob er das ausnutzen kann hier gegen den Iceman. Der Iceman direkt mit dem Reversal und schleudert Kevin Miller zurück in den Ring. So, wenn jetzt noch der Ringrichter dazu kommt, dann können wir uns das Match jetzt anschauen. Boshafte Attacke hier gegen den Iceman. So, einmal mit dem Altschlupf wieder in die Ringdecke, aber da zieht er die Beine hoch. So, Pinfall. Aber Kick-Out bei 1. Und die Float Line. Ja, der Kick sitzt, aber wieder der Reversal vom Iceman. Und Bergszuplex. Ja, wieder der Reversal. Und und er trifft ihn so. Alter, was war das für ein Move? So, haben wir uns früher gekloppt auf dem Schulhof. Da hält er aber lange fest. Und ja, der Power Slam mit Unterstützung von der Ringdecke. Aber irgendwie, die Attacke scheint im Iceman nichts ausgemacht zu haben. Aber wieder der Reversal. Und wieder die Attacke. So, Miller jetzt. Ah, doch, jetzt kommt der Iceman wieder zurück. Und ich glaube, das ist jetzt schon hier dieser DDT. Ich weiß nicht, ob das sein Signature in seinem Film scheint sein Signature hier zu sein. Aber trotzdem, der Tritt war jetzt eigentlich wieder nicht so schlaufe in der KI. Kevin Miller kommt auch raus. Und jetzt schmeißt du ihn raus. Oh, jetzt schmeißt du ihn raus. Und jetzt gibt es wieder diesen wunderbaren DDT. Inspiriert von Sami Zayn. Aber wieder der Reversal. Und das scheint jetzt sieht nach einem Comeback aus, oder? Ne, erstmal der Pinfall. Er hat schon einen Genugier feiern lassen. Eins. Ja, geht auch bei eins. Das sehen wir jetzt, ob es noch ein Comeback gibt. Ja. Überlässlich von der KI, dass die, obwohl die ein Comeback hier aktivieren, dass die dann nochmal ein Pinfall vorher zeigen. Ja, und jetzt gibt es ihn nochmal hier. Diesen Fisherman DDT oder wie auch immer. Eins. Zwei. Kick out. Und jetzt soll er wohl kommen, der Finisher. Ruder geht ins Leere. Kevin Miller mit dem Reversal, aber der Iceman fängt das nochmal ab. Und jetzt stattdessen Miller mit der Powerbomb, die gleich in den Boston Crap gehen wird, weil ich nicht glaube, dass das schon ausreicht. Okay, es reicht aus. Kevin Miller gewinnt gegen den Iceman. Alles klar. Als nächstes wäre auf jeden Fall der Boston Crap noch gekommen, da bin ich mir sicher. Tja, Kevin Miller setzt sich dann durch. Dann kann man wohl doch sagen, mit der Unterstützung. Und dann dank der Attacke von Ace Mountain. Weil, das war jetzt schon ein bisschen zu abrupt jetzt hier für den Iceman. Er hat ja jetzt eigentlich auch nicht so viel eingesteckt. Auf jeden Fall, Glückwunsch an den Kevin Miller. Und, äh, ja, ich würde sagen, wir gucken dann mal, was uns die News gleich dazu sagen werden. Und gehen mal weiter. So, haben wir noch Mustafa Ali gegen Shelton Benjamin. Hier holt sich Shelton Benjamin den Sieg. Dann haben wir Sebastian, Daniel Bryan und David Cole. Hier holt sich Daniel Bryan den Sieg. Michael Adams gegen den Wolfhunter. Hier setzt sich Michael Adams durch. Die Usos treffen auf die Hardy Boys. Es setzen sich die Hardy Boys durch. Cesaro und Sheamus gegen die Black Invasion. Hier holt sich die Black Invasion den Sieg. Randy Orton im Main Event gegen den Death Psycho. Hier holt sich Death Psycho den Sieg. Was sagen uns die News denn? Mustafa Ali bot seinem Feind zu Beginn des Matches die Hand an. Und tat so, als wollte er die Fähle beenden und Frieden schließen. Shelton Benjamin schluckte den Köder und hatte das Nachsehen, als sein Gegner die Hand wegzog. Nach diesem respektlosen Akt des Spots ist ihre Feindseligkeit, ist ihre Feindseligkeit nach wie vor auf ihrem Höhepunkt. Ace Mountain Starter eine Gegenoffensive gegen den Iceman beglicht damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd. Und jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird. Egal wie brutal es wird, Rivalitäten haben wir noch. Sieben Wochen Benjamin gegen Ali. Fünf Wochen Orton gegen Death Psycho und fünf Wochen Iceman gegen Ace Mountain. Ja, auch unten steht wie möglich Rivalitäten, obwohl ich die ja eigentlich deaktiviert habe. Aber wir lassen sie jetzt einfach mal drin. So, Death Psycho, neue Hauptherausforderung. Und natürlich hat ja noch Randy Orton seinen Rückmatch auf den Titel. Ansonsten, Jordan Pigeon, Mustafa Ali vorbei, Sharon Benjamin und A-Truth vorbei. Bei der Tech Team Division ist nichts passiert. Joa, dann können wir mal ganz entspannt zu WCW Monday Nitro rübergehen. Douglas Ray trifft auf den Bob. Hier holt sich Douglas Ray den Sieg. Dann haben wir die Colons gegen Linz, Dorado und Gran Metallic. Hier holen sich die Colons den Sieg. Demon Ace trifft auf Big Show. Hier holt sich Demon Ace den Sieg. Victor und Connor treffen auf Fandango und Tyler Breeze. Es holt sich hier Ascension den Sieg. Dann haben wir EC3 gegen Ricochet. Hier holt sich Ricochet den Sieg. Samoa Joe trifft auf Glorious Nikki. Hier holt sich Samoa Joe den Sieg. Und Rameisterry trifft auf den Prince. Und es holt sich hier Rameisterry den Sieg. So, dann gucken wir auch in die News rein. Dann haben wir Victor und Connor holen sich mit einem aggressiven Auftritt den Sieg. Und haben so das Ruder vor ihrem großen Match gegen ihre Rivalen in der Hand. Werden sie erneut eine derartige Leistung erbringen und die Rivalität beenden? So, wir haben auch nur eine einzige Rivalität. Die geht noch eine Woche zwischen den beiden. Joa, und Championship Ranking zeigen wir nicht. Wegen dem Pay-Per-View morgen. All Elite Wrestling steht jetzt mal im Programm. Und wir starten mit All Elite Wrestling. Und hier haben wir das Match zwischen Dolph Ziggler und Kevin Owens. Hier holt sich Dolph Ziggler den Sieg. Adam Wolf gegen Ty Dillinger. Hier holt sich Adam Wolf den Sieg. Michael Masters trifft auch Sammy Zane. Hier holt sich Michael Masters den Sieg. Dann haben wir die Young Bucks gegen Revival. Es setzen sich die Young Bucks durch. Außerdem Bruce Helfenbegleit von Lana gegen Steve Raymond. Da haben wir ihn wieder. Steve Raymond gewinnt. Kenny Omega trifft auch den Ale. Hier holt sich Ale den Sieg. Ja, und dann das weitere Match, was wir uns heute anschauen werden. Ein Rivalitätsmatch. Das ist nämlich das letzte, oder beziehungsweise die letzte Woche zwischen diesen beiden. Nick Bro gegen AJ Styles. Schwungsschnell. Ein Zug stellen wir natürlich auf ein. Und los geht's. Und da sind wir in der Arena. Ich muss mit meinem Fernseher ein bisschen lauten, aber ich höre überhaupt nichts. Und als erstes kommt Nick Bro wohl zum Ring. Das sieht mich nicht nach AJ Styles aus. Und hört schon nicht nach AJ Styles an. Der Bro Mode hier. Nick the Bad Guy. Also, auf jeden Fall das letzte Match in dieser Rivalität zwischen diesen beiden. Und das ist mal interessant zu sehen, weil sonst haben wir uns ja irgendwie nie Matches angeschaut, wo der, äh, wo das Ende einer Rivalität, glaube ich, geendet ist. In einer Wochenschau. Bin ich mal gespannt, ob wir irgendwas Spezielles sehen, was da passiert. Und ob es am Ende einfach nur dieses Standard gedöhnt ist, was wir halt kennen. Nick Bro auf jeden Fall jetzt hier im Ring ankommen. Im Hintergrund mein Hund total am durchdrehen, falls ihr es mal wieder hört. Ich hoffe es natürlich nicht. So, Bro. Bro. Na jo, dann warten wir mal auf AJ Styles. Und, äh, schauen mal. Ich bin gespannt, was wir für eine Matchqualität... Ich glaube, das letzte, was wir gesehen haben zwischen den beiden, da hat ja tatsächlich Nick Bro gegen AJ Styles gewonnen. Kann mich jetzt aber auch täuschen, aber das ist eigentlich so meine letzte... äh, mein letzter Standpunkt, den ich dazu hatte. Oder so, was ich im Gedächtnis drin habe. AJ Styles auf jeden Fall. Mal wieder mit seinem Outfit. Es wurde nämlich kritisiert, dass das Outfit schrecklich wäre, was er hatte. Dass das nicht Gold wäre, sondern Hautfarben. Und vor allem das Schöne ist, dass AJ Styles die Kapuze wieder aus hat. Also, hat natürlich hier wunderschöne Vorteile. Allerdings kapiere ich die Logik immer noch nicht und ich werde es immer wieder sagen, dass ich diese Logik nicht verstehen werde. Wegen dem Outfit. Dann lassen wir uns mal überraschen. Wie hier der Leader vom Bullet Club, der irgendwie total irrelevant geworden ist, hier bei All Lead Wrestling, wie das sich so schlagen wird. Denke aber, wir skippen das Ganze mal. und warten auf den Matchbeginn. Der dann jetzt erfolgt. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das All Lead Wrestling Logo zu verbessern. Ah, der Reversal von Bro. Wer setzt sich also in dieser entscheidenden Rivalität? Weil man eigentlich sagen muss, die Rivalitäten sind hier sowas von dumm. in 2K19, auch in 2K18, 2K17 habe ich nicht gespielt. Aber ich finde, die Umsetzung ist echt nicht so gut. Weil, jetzt mal angenommen, diese Rivalität ging jetzt 15 Wochen oder 16 Wochen und AJ Styles hätte jetzt 15 Matches verloren und heute gewinnt er plötzlich. Also, dann kann man nicht davon sprechen, dass er die Rivalität gewonnen hat. Oder kann man das separat noch irgendwo gucken, wer die Rivalität gewonnen hat. Ich glaube nämlich nicht. So, AJ lässt sich erstmal feiern. Und Nick Bro zieht ihn jetzt und, ja, er landet dann mit seinem Hals auf dem Seil und jetzt hauen beide vorbei und wieder hauen beide vorbei. Jetzt der Tritt von AJ war erfolgreich. Neckbreaker. Und jetzt steht er da. Nick Bro hat Zeit. down und ich kann dir es nicht ein Flynk trip. Cover hier. Du hast Body-on-Body Ja, du hast das ist. Wie in der Welt ? Oh, mein goodness, krustig es! Fistdrop! Man, AJ Styles beginning to breathe a little heavier now. He came into this Matching for a fight and it looks like he found one. That confidence sie haben das stadt es ist irgendwie probleme gegen die pro und jetzt gibt es den kick und noch mal ins gesicht das war der signature und jetzt schauen ob das eine entscheidung ist 12 aber sein finnischer sollte er noch haben und dass sie nach finnischer aus jetzt schauen ob das von ihr entscheidend bringt ich bin ich noch mal raus also signature und finnischer abgewendet von jetzt wird wohl das kann bekommen das kommt jetzt doch wieder diese lästige karten zeigen wir wollen erst dann wird hier das comeback durchgezogen politik und da ist der wörter von dick und jetzt sieht es echt problematisch aus für aj styles und wieder der wörter von aj der geht mal wieder schief der sprung noch draußen da ist ja auch der geht mal wieder schief der sprung noch draußen und wieder aj da stellt schon weiter weg dann passiert sowas auch nicht und superman punch gegen aj styles reicht das pinfall 1 2 aj wieder mit dem kick out nick bro kann es nicht glauben und ich glaube das wird es dann jetzt gewesen sein hat den finnischer finde ich bisschen low ich finde den signature irgendwie besser und nick bro kann dann wohl von sich behaupten dass er diese rivalität gegen aj styles gewonnen hat und start zu das muss man erst mal nach machen und da sehen wir ihn auch wie er sich feiern lässt und aj styles der geschlagene zieht von dann die feier geht weiter steht da oh nein 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 anscheinend passiert ja noch mal was dann abschiedsgeschenk oder was jetzt geht die zerstörung von aj styles komplett los ja da hat sich der nick bro jetzt aber keine freunde mitgemacht mit dieser schlussaktion na gut dann gehen wir mal weiter da haben wir in den news ein paar sachen stehen nick bro hat sein großes match gegen aj styles gewonnen die menge war enttäuscht vom ergebnis nachdem er in den vergangenen wochen derart übertrieben hat gönnt ihm das publikum den sieg nicht ich würde auch sagen wegen der aktion zum schluss matt und nick jackson haben ihren eigenen konterangriff gegen scott dawson dash wilder gestartet msteo luchador starte eine gegen offensie gegen ty dillinger und begleicht damit die rechnung von letzter woche die intensität seines gegners ist ihm nicht fremd und jetzt hat er gezeigt dass er in dieser rivalität nicht nachgeben wird egal wie brutal es wird rivalitäten haben wir dann noch hier eine woche msteo luchador gegen ty dillinger das wäre dann auch erledigt und zehn wochen revival gegen die young bucks championship ranking zeigen wir dann selbstverständlich auch aber da gibt es anscheinend heute keine veränderung zumindest hier beim all lead wrestling intercontinental gürtel da ist adam wolf an jacob cast vorbei und gold us an ty dillinger vorbei aber gold us sieht man überhaupt nicht oder also ich kann mich daran erinnern dass wir jemals mal gold us gesehen haben na gut dann gehen wir mal zu nxt rüber roderick strong trifft auf den el maestro jodisch el maestro den sieg shayna bassler gegen kairi sane hier holt sich shayna bassler den sieg johnny gargano gegen big ending hier holt sich big ending den sieg last sullivan gegen den devil of joker da gewinnt der devil of joker lennart und elriksen gegen die street prophets hier holen sich lennart und elriksen den sieg außerdem nike striker adam cole x king tobias crazy version einem fatal four-way match hier holt sich der nike striker den sieg und im main event wieder ein fatal four-way match mit dave weder xubix godstone und dem jannis und er holt sich dave weder den sieg so was haben wir in den news stehen einer sagt die probleme zwischen elriksen und lennart sind weiterhin deutlich sichtbar und waren in diesem match einfach zu viel ihre niederlage sorgt für zusätzliche spannung zwischen ihm und die menge ist bereit für den großen knall realitäten haben wir sechs wochen rixen gegen lennart ansonsten drei mögliche streitet euch vielleicht geht ja noch was bevor wir das ganze zurücksetzen hier ist ein bisschen was passiert lennart an xubix vorbei elriksen an gargano vorbei devil of joker und crazy virgil vorbei big ending hat plätze gut gemacht dafür sind las salvin dan madison alistar black adam cole und predator abgestürzt und ja dann bei den frauen keine veränderung bei den tagteams keine veränderung gehen wir nochmal zum schluss zu main event und schauen was da noch passiert so dann haben wir el misteri luchadore delta die mit nike striker hier holt sich nike striker den sieg murdoch gegen michael masters es holt sich murdoch den sieg dann jordan gegen dave weder da holt sich jordan den sieg david cole gegen steve raymond hier holt sich steve raymond den sieg hallel und der harlequin gegen black dragon und dark magic es holt sich die black invasion den sieg scorpion gegen den ice man da holt sich der scorpion den sieg und mark barrett gegen storm hier holt sich mark barrett den sieg ja leute und damit sind wir am ende der heutigen folge angekommen es gibt kein power ranking da die ingame woche noch nicht beendet ist morgen dann um 15 Uhr eine neue folge halloween havoc wenn es euch heute gefallen hat dann lasst dem video doch mal einen daumen nach oben da schreibt gerne wieder in die kommentare was ihr gut fandet was ihr schlecht fandet joint auch gerne meinem discord server der link dazu in der video beschreiben wo auch meine social media accounts verlinkt sind facebook twitter instagram snapchat und der link zu meinem twitch kanal ansonsten ja würde ich mich dort über jedes follow freuen was ihr mir da lassen würdet natürlich auch auf youtube hier auf meinem youtube channel jeden tag jeden tag um 15 Uhr eine neue folge vom community universe außerdem noch diverse ältere wwe 2k 19 projekte falls ihr daran noch interesse habt und auch mal ein bisschen fifa oder nhl also mein kanal ist eigentlich relativ vielseit ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr teil meiner community werden wir diesen weg gemeinsam bestreiten werden bin dann jetzt an dieser stelle raus wünsche euch allen noch einen schönen tag lasst euch gut gehen bis zum nächsten video macht's gut und ciao bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.